Ich habe schlechte Nachrichten und ich habe Angst, du könntest falsch reagieren. Okay. Ich lasse dich nicht zur Arbeit. Was? Du bist noch nicht so weit. Komm schon, die Lebensaufgabe eines Emojis ist es, im Würfel zu sein. Alle in meinem Alter arbeiten im Handy, nur ich nicht. Oh, Schatz, das ist doch nicht wahr. Ich darf im Handy arbeiten und ich bin erst ein kleiner Haufen. Ja, weil ich ganz fest an dich glaube. Sollen wir uns die Hände waschen? Ja, der war gut. Das war ein großes Geschäft.